Hallo und willkommen zu Walk of Ages 2, zusammen mit Draza. Hallo. Wir spielen jetzt die erste Runde im Hürdenlauf-Spiel-Modus und gehen dann rüber zu einer Runde im Kriegs-Modus. Wir haben uns beide für den Hürdenlauf-Modus auf einen Felsblock geeinigt, beziehungsweise habe ich gesagt, dass wir mit dem spielen, dann spielen wir mit dem auch. Und zwar spielen wir beide mit dem Ballon-Felsblock. Mal sehen, ob uns das auf dieser Vulkan-Map gelingen wird. Ich bin gespannt. Ich auch, du. Ich weiß halt nicht, weil theoretisch, als wir beim letzten Mal auf der Map gespielt haben, hast du übelst krasse Abkürzungen genutzt, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich denke, die, das, weißt du, ich dachte mir, das ist jetzt so dein Vorteil, du merkst sie dir. Ich kann mir doch sowas nicht merken. Komm du mal, mein Alter, dann reden wir weiter. Oh Gott, ich habe die Lava vergessen. Oh, wie dumm. Das Gute ist auch, der Felsblock geht schnell kaputt, ne? Ja, ich werde halt wirklich gleich kaputt sein. Ich bin kaputt. Wirklich? Ja. Aber du wirst ja, glaube ich, sofort respawnt, oder? Ja. So, aber jetzt muss ich gucken, dass ich die Abkürzungen nehme, sonst sehe ich alt aus. Wo waren die Abkürzungen? Komm, das ist mein Alter, ne? Du siehst, glaube ich, jetzt schon älter aus. Scherzchen. Wow, 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 meine Freunde, so. Oh Gott. Ist ja schon fast wieder unten. Na, du musst jetzt die Abkürzungen ziehen, ansonsten war es das. Wo war die nochmal? Wo war die nochmal? Ich habe keine Ahnung, ich habe die nicht gesehen bei dir. Wo war die? Ich habe sie selbst noch nie genutzt. Komm, die muss doch hier gewesen sein, ich spring jetzt einfach. Ja? Ja, ich habe sie gefunden. Okay, gut, dann hoffe ich mal, dass du es jetzt verwandeln kannst. Natürlich. Wenn nicht, dann betreten ist Schweigen, okay? So. Sei du mal nicht so frech, warte mal ab, ich weiß, du wolltest jetzt nur hinter mir, um zu gucken, wo die Abkürzungen ist. Ich frage doch nicht alles. Oh, Entschuldigung, habe ich jetzt gespoilert. Nee, Quatsch, ich glaube, ich weiß auch, wo sie ist. Ich hänge jetzt doch nicht schon wieder in der Lava. Das ist doch lächerlich. Du, wenn du, wenn du heute mit mir spielen möchtest, dann musst du es sagen, weißt du? Ich habe dafür Verständnis. Ich glaube, die Abkürzung war hier. Nee, war sie nicht. Nein, du, die Vollidiot springt gerade noch hinterher. Nee, sie war nicht hier, oder? Hä? Offensichtlich, ja. Okay, nee, okay, dann weiß ich, wo sie ist. Ich weiß auch, wo sie ist. Nämlich hier. Aber mit zu viel Schwung, nicht mit zu viel Schwung. Boah, das war echt eine Abkürzung, du. Und, hast du auch? Ja, 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 ja. Oh, du bist eine Lava. Du bist eine Lava. Alter, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Eine Lava, nein. Oh Mann, das ist knapp du. Och Mann, das ist jetzt auch Mann. Okay, also danke, dass du mir die Abkürzung gezeigt hast. Und danke, dass du mir auch noch den Vorsprung, weißt du? Du musstest wirklich alles richtig machen, ne? So. Dafür hast du jetzt in Zukunft keine Ausreden mehr. Äh, wie Ausreden? Und du bist ja auch in der Abkürzung. So, warte mal. Hier passiert wieder Flieger. Flieger wollen wir alles drüber, ne? Ja, ich kriege halt keinen Schwung, weil mich jetzt alles abschießt hier. Boah, wie gut. Wie gut. Das Problem ist halt, wenn du vorne bist, trifft dich halt alles, ne? Ich komme hier nicht vorbei. Jetzt? Jetzt? Alter, die Abkürzung, das ist wirklich pervers mit dem Block. Du hast sie wieder genommen, ne? Ja, na klar. So. Ich komme jetzt erst gleich mal an den Sprung. So wurde ich da hinten aufgehalten. Ja, aber ich werde hier auch aufgehalten. Aber du bist so gut wie kaputt. Boah! Boah! Okay, ich bin diesmal mit der Abkürzung direkt auf der Zielgerade gelandet. Boah, ich habe so die Kamera zurückgetreten, während ich so langsam reinziehe. Okay, na gut. Krasse Abkürzungen. Ich würde sagen, Revanche findest du dann höchstens im Kriegsspielmodus. Ja, woher her? Deinen Krieg kriegst du, mein Freund. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon im Kriegsmodus. Ich habe mich für den Tearfelsblock, die Balliste, den Himmelsbullen, die Feuerwerkskanone, die haftenden Kühe, den Ambossbullen, die Bank und den Turm entschieden. Was Straza hat? Keine Ahnung. Aber mal sehen, wie gut wir uns gegen ihn durchsetzen können. So, okay. Attacke, ne? Attacke. Das coole ist, ne? Wir haben jetzt endlich die Bank zur Verfügung. Können also jetzt deutlich mehr Geld damit sozusagen machen. Ich habe extra die Kampagne durchgespielt, dass der Felix endlich aufhört zu jammern. Ha, 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 ha. Halt die Klappe, ne? Ha, 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 ha. Da bin ich gejammert, habe ich ja nicht. Was sind denn? Ach, die Krieg mir angezeigt. Bin ich gespannt, wie du das machst. Denn ich roll schon. Ich auch. Okay. Ne? Achso, ich bin gespannt. Ja, der Tearfelsblock, der ist schnell fertig. Oh nein. Das war fies. Das war gut gemacht. Einmal, zweimal. Boah, was hast du denn für einen Ball genommen? Ach, wieder die Sprengkugel, okay. Ja, 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 ja. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Weißt du, warum denn? Ach, keine Ahnung, erzähl du es mir. Also, das ist immer so eine Sache, die Sprengkugelbissen unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Aber wenn es mal läuft, dann läuft es. Ich nehme mir so ein bisschen Zeit, um deine Kanonen zu zerstören. Ja, das ist mir bewusst. Boah, das war peinlich. Oh nein. Du machst mir wirklich gut Schaden, ne? Ach echt? Ja. Okay, das hat geklappt, so wie ich es wollte. Nice. Das hat auch geklappt. Hm, das macht aber alles nix. Ja, stimmt. Du machst halt den Megaschaden so oder so, ne? 140 habe ich nur gemacht. Boah, hast du mir gut. Das war nicht schön. Findest du, ich fand es super. Ne, nicht ganz so, ne? Das war schon ein bisschen übel. Ich muss jetzt überlegen, wie wir das am besten hinbekommen. Das Ding ist halt, selbst mit 1000 Goldminen, irgendwann hast du halt auch kein Gold mehr. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das wusste ich gar nicht, dass es Gold irgendwann leer sein kann. Ja, das ist so ein bekannt altes Problem, aber es tritt halt immer wieder auf. Egal, wie sicher man sich fühlt, weißt du? Mhm. Ich baue das einfach mal weiter, was ich mir dort überlegt hatte. Ja, du, tobe dich mal aus. Ja, Attacke. Hä? Achso. Ah, okay, das geht nicht. Dann muss ich das so machen. Okay. Das klingt, ehrlich gesagt, sehr verheißungsvoll. Ach du! Nö, das ist alles, äh... Wo bist du denn da? Das Ding ist, dein guter Katapult hier, der schießt eine Müh zu früh. Zu früh? Ja, ja, der hat mich kaum erwischt. Okay. Ich meine, ja klar, es ist dumm, dass ich dir das sage, aber... Ja, ich kann die Position eh nicht mehr ändern, außer ich verkauf's. Ja, ja. Los, komm schon, mach doch die Bank kaputt. What? Wie kann mich eine Kuh aus der Bahn stoßen? Keine Ahnung. Das ist schon wieder... Das ist schon... Das ist doch gecheatet. Warte mal, wir müssen jetzt... Weißt du, du musst... Nicht gecheatet. Weißt du, du hast doch dein Lieblingswort. Das ist doch schon wieder Schiebung, oder? Das sowieso. Irgendwie, das ist eigentlich dein... Dein Walk of Ages-Word, weißt du? Schiebung. So, ja, ja. Findest du das eigentlich schon so oft? Du sagst das sehr oft, ja. Elvio, du bist doch ein Cheater. Das ist doch Schiebung. Das ist doch beides absolut gerechtfertigt. Ja, ja, na klar. Und... 160 Schaden. Na ja, langsam, ne? Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Vor allem, wie der einfach durch alles hier durchrollt. Mhm. Oh, nein. Noch eine Runde und mein Tor ist weg. Mhm. Boah, ich glaub's nicht. Also, so langsam, ich dachte, hab's ja erst so ein bisschen belächelt, aber so langsam hab ich schon so ein bisschen Schiss. Was hast du belächelt? Meine Taktik war eine unfassbar geniale. Ja? Oh, ja. Oh, ja, ich auch. Hahaha. Ja, ja. Ja, was, was. Noch ist die Runde nicht vorbei, mein Freund. Aber wie kommst du denn plötzlich auf den Schießpulver-Feldsblock? Erzähl mal, weißt du deine Connection mit diesem Block, dass du denkst, jo, Attacke. Das willst du alles noch sehen. Ich kann ja jetzt nicht spoilern. Also, ich mein, ich sag immer, was gut funktioniert und alles, was schlecht funktioniert, weil ich einfach viel zu nett bin. Ja, ja. Und, ähm, ja, jetzt muss ich einfach mal sowas auch für mich behalten und dich mal aus Schmerzen lernen lassen, weißt du? Das, warte, so. So, das geht nämlich auch mal, so. Das einzig Gute ist, dass mein Felsblock schneller gebaut ist als deiner. Du machst aber auch deutlich weniger Schaden. Ah, na ja. Das ist gerade neben der Bahn. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er mich da halt raus, rauswirft, weißt du? Natürlich erwischt mich das noch. Oh nein, und da rollt er schon. Nein, ich hab Angst um mein Tor. Gibt's doch zu, als du die Kampagne gespielt hast, hast du heimlich geübt. Ich hab die Kampagne gespielt, ja. Sag doch heimlich, du hast doch heimlich geübt. Da sind mir Sachen aufgefallen, die ich so nie ausprobiert hätte. Okay. Oh shit, da bin ich falsch gerollt. Mist. Oh, da fallsam rolle ich jetzt auf dein Tor zu, das weißt du, ne? Ach, du spielst gar nicht mit dem Sprengflöse-Felsblock. Du hast zwei Felsblöcke mitgenommen. Aber ich bin froh, dass es mir überhaupt aufgefallen ist. Natürlich fliegst du über alles drüber. Oh, scheiße. Natürlich fliegt er über alles drüber. Soll es denn auch anders sein? Das ist ja doof jetzt. Was? Verrückt. Weil jetzt... Oh, okay, ich verstehe den Plan. Du kannst mich direkt überrollen, mein Freund. Okay, das war... Okay, an der Stelle Respekt. Das war richtig schlau. Boah, das war richtig clever. Dadurch, dass du den Facebook gewechselt hast, konntest du mich direkt finishen. Richtig gut gemacht. Genau, du musst jetzt noch eine Runde warten. Boah, ich bin beeindruckt. Naja. Schönes Ding. Naja gut, wenn ihr auch vom Big Point Draser eine Folge, noch eine weitere Folge sehen wollt, wie wir zusammengespielt haben, dann gibt es auf Drasas Kanal auch noch eine Folge. Ich verlinke die euch im Abspann, in der Videobeschreibung und im Kommentar. Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritiken und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war echt verdammt clever. Tschüss. 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 Tschüss.